Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Chaos. Ja, es regnet und wir haben ganz viel Essen gefunden und Sachen, die wir als Essen benutzen können, wie zum Beispiel hier Ananas oder eben wie hier Farbstoff da vorne. Ja, ist klar. Das ist ja gerade sehr komisch. So, irgendwann was dagegen in eine Zimmermann reinzupacken oder hat Fröster was dagegen? Ähm, man kann sich doch... Äh, Peer! Ähm, Tinker's... Construct, wie schreibt man das? Ähm... Tinker's Construct... Atmog Punkt... Tinker's... Construct mit C. Man kann sich doch mit Tinker's Construct eine Axt machen, die Bäume auf einmal fällt. Bäume auf einmal fällt. So, passt. Sonst hätte ich ja die Tinker's Construct Axt, auf die man dann wirklich lange hinarbeiten muss, weil die ist richtig kompliziert, äh, ja gar kein Sinn mehr, ja? Oh, ich kann nicht mehr schwinden. Aber nicht die normale... Äh, ne, ne, besondere... Wo ist denn hier? Da. Das wäre ja schon etwas... Nein, jetzt nicht blöd, aber... Doch blöd. Weil, naja, ich mein, Tinker's Construct ist der da, oder der Timmer-Modus hier nicht drauf, der wird dann eben mit Tinker's Construct darauf hinarbeiten muss und nicht, der dann sich das einfach reinfuckt. Aber das dauert nicht, bis man sich so eine Axt herstellen kann und da... Menschen allgemein ungeduldig sind, schätze ich, das wird nichts. Also, die Menschen hier auf jeden Fall. Ich kann jetzt natürlich nicht auf die Allgemeinheit beziehen, aber ich... Alter, Alter, ich bin da jetzt echt so oft richtig knapp reingefallen. Meine Blume. So, mal gucken, ob hier eigentlich irgendwo... Oh, was ist das denn? Ist hier schon mal jemand was gebaut? Da gucken wir mal hin. Aber erst esse ich das hier. Und die Stopper werde ich jetzt nicht resetten, weil wenn ich die jetzt resette, ja... Jetzt habe ich... Ich weiß, ich habe bei 11 Minuten aufgehört. Und, naja, wenn ich jetzt nochmal erneuernfange, dann... So, wann gehört das denn? Friebrote und Frieholz. Achso, das kann ich einfach holen. Ich würde mir gerne ein paar Brote holen. Wenn da steht Frie, ja, dann nehme ich da so Frie. So, aber erst mal nur eins. Ich will ja nicht zu viel machen, bis eben meine Farm am Laufen ist. Ich kriege ja keine Ananas. Oh Gott, keine Ananas. So, Ende. Warum ist das so kompliziert, ja? Ich meine ganz ehrlich, ne? Wenn Leute schon Fehler bei Taxis machen und Pizzas. Dann kann ich mir vorstellen, dass es höchstens zwei Leute auf der Welt gibt, die wissen, was die Mehrzahl von Ananas ist. Also, auf Deutsch. So, mal gucken, ob es ja auch jetzt irgendwo... Aua, 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 aua. Schauen wir erst mal ein bisschen was ab. So, jetzt passt. Oh, die Eisenhunders und Nope habe ich. Ich möchte nicht die anderen Ressourcen bitten. Ich möchte das gerne selber machen. Das wäre sehr nett. Und wenn, dann möchte ich Tauschgeschäfte abschließen. Okay, das Brot war jetzt was anderes. Und wieder Kohle, das ist sehr schön. Kohle werden wir nämlich später richtig richtig viel brauchen, wenn wir mal, ja, in Richtung Elektrizität gehen. Da wird das echt krass. Also, echt, echt krass. Sondern Kohle überhaupt dazu. Da reicht nicht ein Stack. Oder zwei Stacks. Das sind schon richtig große Mengen, von denen wir hier reden, ne? Oder Redstone zum Beispiel. Hier, hier hat man auch richtig große Mengen, obwohl man das eigentlich bestimmt... Man findet eigentlich so unglaublich viel Redstone. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Für was braucht man das jetzt denn eigentlich, ne? Ich meine, jetzt einfach so spontan fällt mir gar nicht ein Verbindungszweck ein, wo man so richtig viel Redstone braucht. Ich meine, klar, für manches Rezepte braucht man immer wieder ab und zu Redstone. Aber nie irgendwie in so krassen Mengen wie Kohle zum Beispiel. Hm, wer weiß. So, oh, 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 oh. Die Zeit geht richtig ja schnell, aber wir haben noch Zeit, alles gut. So. Wahrscheinlich ist das jetzt hier, was ich gefunden habe, so eine riesige, riesige, riesige Ohr-Aneinander-Kettung, sag ich mal. Damit wir jetzt hier uns ewig lang in die Tiefe buddeln. Und ja, die ganze Zeit irgendwas wieder sich aneinander reiht und wir deswegen das abbauen. So. Ja, wir haben jetzt bestimmt auch schon die ersten Stack-Redstone. Das ist wahrscheinlich richtig übertrieben gerade. Ich schätze mal zwei bis drei Stacks. Und hier haben wir Diamanten. Ich sag ja, in diesem Pack ist das ziemlich krass mit den, ja, Ohr-Verteilungen, sag ich mal, ich meine, wir sind hier auf Höhe 44, ja. Ne, auf 59, ja, das ist noch schlimmer. Aber, äh, ich meine, normalerweise ist man vielleicht auf Höhe, oh, ich glaube Diamanten, ist man vielleicht auf Höhe zwölf ab den Diamanten anfangen, ja. Und jetzt hier also, das ist schon richtig krass. So, werde ich kurz essen, damit ich noch ein bisschen Platz habe. Oh, lol. Das ging schnell. Und hier noch. Was ist das? Das ist Tin-Off und Thermal Expansion. Aber ich bin mir sicher, dass Thermal Expansion nicht der einzige Mod ist, für den man Tim braucht. Man braucht ihn zum Beispiel auch für Galacticraft. Was ist das? Limestone, brauche ich nicht. Glaube ich. Alter, bin ich erschrocken. Ist okay, Coa, schreibt mich so Silber und... Scheiß drauf, das passt jetzt erstmal. Das passt jetzt erstmal. So, was ist das denn? Iron, das hätte ich aber gern. Gut, und dann, ja. Werde ich auch gleich an meinem Holz, äh, an meinem Haus weiterbauen. Mit der anderen, das kann ich sowieso nichts anfangen. Scheiß drauf. drauf geschießt, ja, ne? So, und dann werden wir noch so früh wie möglich anfangen mit... Ähm... Na, ist klar. Meat. Mit, 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 mit. Das ist unglaublich, ne? Oh Gott, wie heißt das denn jetzt? Äh, äh, Witchery. Ja, genau. Äh, ich denke, wir haben vielleicht sogar schon alle Ressourcen, die wir brauchen, um anzufangen. Dann werde ich das natürlich auch gleich erledigen, ja? Ich werde sagen, wir wahrscheinlich als allererstes erstmal die Farben weitermachen. Doch, die Kakteen wird aufständig jetzt gesammelt, aber ich sind die... Und, ja, Bäume mit den Früchten in meiner Nähe pflanzen. Einfach damit, dass alles ein bisschen sicherer ist, einfach so. Und, sag ich, Fackeln dabei? Nein. Ähm, ja, sonst hätte ich vielleicht noch ein paar Fackeln da geplantet, aber... Ich würde es definitiv gar nicht lassen. Fackeln hätte ich jetzt noch irgendwie Sticks dabei, oder so könnte es gehen, weil die... Sticks würden dann die Fackeln ersetzen, aber so geht das nicht. So, nun, dann habe ich ja schon im Inventar, die fassen noch rein. Oh, ich dachte, wer was war, das war nur 14. Ähm... Etwas aus da. Da unten. Genau. So, was ist denn da gewachsen? 1,15... Na, da ist nichts gewachsen. Haben wir Sun? Nein. Habe ich Sun dabei? Nein. doch da ist Sam's nein das ist Marble nein das war ein bisschen auf dem Waffen-Jahr und Mainzer für den Wissen das war aus dem Job überhaupt weiß was derjenige dann von einem Bild wenn sie eigentlich mein Mann es ist geht auch vieler von uns zu so Geräusche aber naja das ist eigentlich auch nur das Grundlegen ja nein vielleicht na was weiß ich ich bin ja definitiv keiner der sich mit so auskennt so ich werde jetzt ganz viel von denen brauchen weil damit geht es weiter und ich baue eine größere Kiste das schreibt dann nach einer neuen Kiste so die hier werde ich gleich komplett zerlegen und eine Doppelkiste draus machen und da kommt alles rein was ich jetzt gerade nicht brauche und noch eine Tür ich glaube die sollte ich hier hinkommen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 6 ah ärgerlich komm weg lol ok das geht richtig schnell oh der Regen hat aufgehört wie schön das werden wir später auch alles mit Virtual Craft genau ne mit Virtual Craft machen können dass der Regen aufhört und so ja alles ganz praktisch so dann brauche ich Steaks kannst du mir die Steaks oh die anderen sind gewachsen die werde ich aber noch mit der Hand ernten einfach damit ich noch ein bisschen mehr anbauen kann hier zum Beispiel und hier und hier und hier so dann dann was ist das denn jetzt wie ist das denn jetzt in der Macht passt So und jetzt hier zack Nein es gibt Ach so, wenn ich das Schiff gedrückt habe und dann das Mausrand drehe. So, ich denke mal, das wird sich gleich umstellen, wenn ich jetzt hier den mache. Wollt ihr das anfassen? Nein. Nicht anfassungsfähig. Ja. Das war geplant. Hm. Ihr wisst ja allgemein alles, was man falsch macht, ist geplant. Oder allgemein alles, was ich... Alter, das gibt's doch nie. Was ist das denn für ein Scheiß? So. Ich brauche aber noch ein paar Blöcke... Nein, 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 das ist blöd. So ein Exhaust hat doch einen ganz tiefen... ...ein ganz tiefes Dach. Lass mich einfach hier anfangen. Aber nicht so. Ich komme mit dem Blöcke noch nicht ganz klar. So. Aber das kann ich gerade schon lösen. Und zwar... Wo ist das hier? Ähm, ich brauche mal hier kurz... Wie heißt das denn? Nein, irgendwas mit Const... Ne, nicht Construct. Oh Gott. Wie heißt das? Oh Gott, das gibt's echt... Ich bin ja nicht Carpenter. Jetzt hätte ich gar nicht gucken müssen, und mir ist es trotzdem eingefallen. So, wir brauchen nämlich den Hammer und den Chisil. Ich glaube, ich bin das Hammer und da geht das den und den und der. Okay, das ist ganz einfach. So, komm. Ja, wir können uns hier mal ein bisschen anschleichen. Aber die Folge ist schon wieder rum. Aber... Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Video ein. Bis dann und... Tschüss.